Genau, dann in den Navigator. Navigator öffnen. Ja. Schmelzziegel, let's go. Okay, nee, wo? Ja, Schmelzziegel, let's go, genau. Und dann da, wo das grüne ist, das bleiche Herz. Das hier? Ah. Das große in der Mitte. Ja, genau. Da drauf und dann mal gucken, wo das dahin zeigt. Die Blüte, genau. Das da an der Seite. Die Blüte. Dann starte ich schon mal rein, warte. Yes. Ja, super, dann fliegen wir da mal rein, let's go. Sehr schön. Die, 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 die. Das fiebt mir weg. Das kommt immer bei den Loading Screens wieder. Das müsste jetzt gerade ein bisschen da sein. Wirklich jetzt? Ja, ja, es ist wild. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung, aber na ja. Das ist ja wirklich voll wild. Jetzt ist es gerade da. Immer bei den Loading Screens. Ich sag's jetzt. Hä, wie kann das denn sein? Ist der Chat da irgendwie klüger? Weil ich meine, hä? Das ist ja... Das ist das Spiel, das ist so ein Abwehrmechanismus, weil der Eriks nicht irgendwo einen Shooter einloggt. Oha. Wara. 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 War es bei dir auch so krähe? Nein. Ja. Was habt ihr darin gesehen? Energie. Alle Arten von Energie. Ich schreit mir schon vor. La 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 la. Einen Garten mit Silberflügeln. Dunkelheit, die den Reisenden infiziert. Licht und Licht. Wo seid ihr denn? Achso. So viel Licht. So viel Licht bin ich. Er zeigt dir, was du sehen sollst. Diametrische Kräfte, die dein Hüter jetzt am Radar einsetzt. Ah, jetzt habe ich wieder T-Ring. Ich habe V-Sync angemacht, habe T-Ring. Es ist einfach ironisch. Wie iron hier dabei. Robi, wo bist du? Ach da. Ich bin hinter dir. Okay. So, ich hoffe, das Fiepen ist weg mit V-Sync. Wir testen das mal aus. Im nächsten Ladebildschirm. Hammer. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Was hat das da? Hä, ist das denn wild? Ja, irgendwas mit Elektronik, Strom, Aktualisierungsraten. Ich weiß auch nicht genau. Ah, so eine Geschichte. Ja, wenn ich die Grafikoptionen ändere, dann ändert sich auch das Fiepen immer. Okay, das ist wild. Ich habe aber noch nicht ausgeklümmelt, was ich am besten mache. Aber ich glaube, das Beste ist einfach, ich mache das nicht mal von der internen Karte. Das Thema gehe ich dann auch als nächstes Mal mit an. Ich baue ja gerade ein bisschen Hardware wieder um. Ah, ist das schön hier drin. Ah, mummelig. Ah, Schade ist weg. Ich glaube, wir müssen nach oben hin, ne? Ja, hier oben zu mir. Hier noch ein Stück. Ne, hier vorne noch ein Stück. Hast du stressbedingten Tinnitus? Was? Nein, ihr hört das Fiepen doch auch. Das ist doch kein Tinnitus, Mann. Ihr seid drei Sekunden aus den Augen und sie rennen die komplett andere Himmelsrüstung. Hä, wo seid ihr denn? Ach, da. Ich dachte, nach oben. Ich dachte, ich wollte auch da hoch, aber müssen wir nicht hier hoch? Doch, doch, aber hier vorne. Ach so. Hier vorne. Wir müssen zu dem einen Lost Sektor. Okay. So, glaub ich. So, welches Fiepen? Boah, ich hasse diesen Chat, ne? Ist dieses Fiepen jetzt mit uns in einem Raum? Ja, wirklich so. War das nur einer? Ich glaub ja. Oh, und dieser komische Vogel. Äh... Welcher Vogel, Erik? Das Tiering ist nerviger. Okay, ihr müsst euch entscheiden. Warte. Äh, der Vogel, der, da, puh. Die hat ein paar Federn hinterlassen, wenn du willst. Geil. So. So. Hä? Oh, ne, ich war schon, ne, ne, es war schon richtig. Es ist hier oben, hier oben. Es wird nur komisch angezeigt. Au. Wir sind hier. Ich registriere Signaturen von besessenen Energie. Oh, ne. Und eine mächtige Quelle. Was ist das? Was ist das? Hab ich alles denn jetzt verloren? Hallo? Piep, 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 piep. Nicht bewegen. Bewege dich nicht, Erik, du fällst. Okay, es ist halt hier oben. Oh Gott, oh. Eva, Hilfe. Ich ruf die Feuerwehr. Hilfe, Eva, du musst aus dem Baum retten. Was macht ihr denn da? Ja, warte. So. Warte. Sag mal, hast du mich grad aus dem Baum geschubst? Ich wollt's versuchen, ja. Du sollst mich retten, ich kill, Mann. Und das ist doch jetzt Auslebenssache. So. Ich. Ähm. Tobi. Tobi, Tobi. Äh, warte mal. Hä, Tobi, du magst, du magst so Jump'n'Runs bei Destiny so gerne. Hm, Tobi? Hä, das hab ich nie gesagt. Oh, lass uns das Jump'n'Run machen. Oh, lass uns unbedingt das Jump'n'Run machen. Das hab ich nie gesagt. Tschüss, Tobi. Hä, wo kommt man denn da hoch? Bin ich jetzt blöd oder was? Ach. Moin. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Das ist eine Frechheit. Schade. So. Huch. Oh. Mio. Oh, lade nach. Wenn ich mir mal vormachen soll. Wenn ich mir mal vormachen soll. Guck mal. Da ist die freundliche Hexe von denen ich mir mal vormachen soll. Ach, Lutzaku? Ja. Hilft sie uns? Sie kommt gegen die Besessene. Ich auch. Ja, ich schau halt wieder zuerst bei der Mischung, glaub ich mal. Ja, ist halt ne Scharhexe. Au. Aber du musst dich beeilen. Die Besessene nähern sich dem, was du suchst. Sehr lustig auch. Ja. Sehr schön. Legt sie wieder hoch. Oh Gott. Wir müssen unbedingt noch die Whisper-Mission spielen. Wirklich jetzt. Geht's hier. Hey, Tobi. Oh, ich flieg immer zu weit. Bist du? Na du? Oh, hi. Tobi, hör auf zu schubsen, Tobi. Denk gerade, das kann ich auch. Sag mal. Ach ja, ach ja. Eva, der schubs mich. Mama, der Tobi ist wieder fies zu mir. Solange keiner blutet, will ich nichts von euch hören. Ich mag keine Fiese. Ich mag keine Fiese. Was war? Aua, 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 aua. Gerade nach? Oh, noch gut. Imagine in so einem 6er-Race-Trupp, wenn jeder immer sagen würde, wenn er nachlebt. Das wäre ein Traum. Das wäre schon... Dann wäre jeder immer informiert. Ja, das stimmt. Was machen die Nachbarn da denken? Oh Gott, das ist wild. Ich nehme auch so ein Ding. Geil. Oh, ich habe nur noch einen Sekunden. Okay. Wo müssen wir denn... So, das ist daneben geworden. Oh, ich auch. Shit. Gut, dass du in die Gaming-Branche gegangen bist, der als Erzieherin, wenn ich mit der Einstellung wahrscheinlich nicht so weit gekommen bin. Hä? Einmal im Kindergarten. Solange keiner blutet, will ich nichts hören. Ja. Oh, oh. Das ist echt... Der Sprung ist ja richtig sch... Hä? Hey, nice, Eric. Geil. Nein, jetzt kannst du dich einfach runterfallen lassen und dann schweben. Dann zu mir runter. Doch, doch, das geht gut. Ja, nee. Ich, ähm... Guck mal, ich bin hier unter dir. Dann kannst du einfach dich zur Seite jetzt fallen lassen von dem Ast. Direkt losschweben. Ja. Oh, okay, geil. Ja. Ja, nice. Okay, super. Tobi mach auch. Nein. Der Tobi macht ja aber Profisprung. Nee, nee. Das ist nämlich schon der Vorteil am Warlock. Das ist schon nicht so. Okay, stimmt. Lade nach! Lade nach! Ich lade der Robby nach. Oh. Oh, 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 oh. Nee, ist so schummerig. Ah, endlich mal jetzt ein Holds am Game für die ganze Familie. Ich bin so, ne? Hab ich auch noch Tobi geballert? Keine Ahnung, er ist so bewegt. Egal, aber schießen. Ja, ganz genau. Tobi, ist wieder so ein rosa-ner Brunnen, wo ihr eure Fisten auch langstellt. Oh Gott, ich bin gefallen. Jo, ich glaube, ich auch gleich. Erik, ich komme vielleicht. Tobi, wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, doch nicht. Nein, nein. Danke, Leute. Ach, schon, da ist ein Omen. 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 Aber wenn du vorlaugfelder am Felder, ja. So, äh, was ist das? Boah, du kannst im Fliegen, kannst du so eine Stomp-Attacke machen. Wie geil ist das denn? Musst du, glaube ich, freigeschaltet haben, ne? Ja? Achso, ich glaube, ja. Du kannst halt verschiedene Attacken ausführen. Guck, wir warten einfach hinten. Die Eva räumt schon auf. Das ist gut, das ist gut. Ne, finde ich auch. Nice. Oh, hier dringend Hilfe. Ich bin ein armer, kleiner Hunter. Was? Wir haben Eva die letzten Streams aber auch gecarried, ne? Ja, da wird es auch mal Zeit. Da wird es auch mal Zeit. Verlass mich da ein bisschen zu sehr drauf. Das ist, äh, ja. Verstehe ich schon. Oh, ja. Kein Friendly Fire. Ich wollte nicht auf dich ziehen, ich wollte auf ihn ziehen. Ne, ne, mein Chat fragt, ob es Friendly Fire geht. Achso, ne, bei mir alles gut. Wäre eigentlich mal lustig, wenn es das gäbe, ne? Dann wären wir alle dauerhaft beständig tot. Ja. Bei meinen Zielkünften war es ganz gut. Gibt es hier wieder ein rosa Feld irgendwo? Oh, hier ist eine Luftkiste, geil. Ich glaube nicht. Achso, schade. Achso, noch nicht aufmachen, oder? Oh, ne. Gut. Ne, das muss ich mir alles fertig gemacht haben. Bei mir waren es leider gerade alle immun. Ich konnte nichts machen. So. Ja, ja, wegen der Freude, glaube ich. Da muss man immer reingehen und sie kaputt machen. Oh. So. Jetzt schon viel besser. Einfach kleiner. So, bitte schön. Noch jemand. Jetzt müsstet ihr die Blutkiste aufmachen. Ja, geil. Oh, 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 oh. Puh, let's go. Wo sie geht? Hier um. Oh, ja, geil, 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 geil. Oh, ja. Oh, geil, geil. Oh, geil, geil. Was ist los? Wie bist du hierher gekommen? What is happening? Diese hier infiltrierte die schwarze Flotte im Auftrag der Hexenkönigin und wurde hierher gelockt, als das Schiff die Grenze überschritt. Der Himmel, das Licht, rufen nach dieser hier. Der Einfluss des Gärtners ist hier voller Leben. Gärtner? Willst du etwas sagen, das dich der Reisende hergelockt hat? Sind wir nicht alle zu einem Zweck wiedergeboren? Ich glaube, das war nur Glück. Wenn das ein Trick ist. Oh, shit. Schau, schau, schau. Der Himmel ist zu hell, als dass Schatten täuschen könnten. Tu, was der Gärtner sagt. Diese hier wird sich in seine Botschaft nicht einmischen. Kate, Kray, wir haben grünes Licht für den Teleport. Dieser Riss ist noch nicht infiziert worden. Hütten. Möchtend noch Leder. So. Hier, hier, hier. Gut, dass wir so ernst bleiben. Ja. Ah. Hoch. Jo, und doch. Ich kann nichts hören. Kann ich mal? Das Faustling anmachen. Oh. Was war das? Die. Stimme eines Kindes. Was? Ist das dein Ernst? Ja, nein. Sie. Sie flüstert etwas. Kray. 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 Warum hast du den klügsten Jäger aller Zeiten umgebracht? Mist, Kerl. Oh, hey, warte, warte, warte. Hast du das gehört? Hm? Ach komm. Lass es sein. Nein, dieses Mal wirklich. Nein, ich... Höh. Hä? Hallo? 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 Oh. Hey. Du auch hier? Toll. Vielleicht können... Ah, das ist tief. Was soll das? Oh, das wird die Korra gefallen. Oh, das ist wahr. Pingab. Nate. Was ist das? Aufopferung! Die Lehre der Hüter. Hi. Sundance? Bist du's wirklich? Ich bin so, wie du mich wolltest. Ich versteh nicht. Ich weiß. Du warst schon mal hier. Und wirst es wieder sein. Du erinnerst dich nur nicht. Kannst du nicht. Was aus dem Licht entsteht, kehrt dorthin zurück. Was, wenn ich einfach nur hier bleiben will? Bei dir? Wenn du dieses Schicksal wählst. Aber du bist immer bei mir, Kate. Die Hüter. Geister. Der Reisende. Wir alle sind verbunden. Wir... Hingabe. Mut. Aufopferung. Die Lehre der Hüter. Ich... Ich weiß. Ich... Ich weiß, ich weiß. Schon kapiert. Aber... Eine hast du vergessen. Und zwar... Nein! 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 Oh. Oh nein. Nein! 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 Ken, was ist passiert? Was hast du gesehen? Ich rühre mich nicht an! Fass mich nicht an! Nein! Nein! Kate? Hingabe. Wut. Aufopferung. Tod. Ich habe sie gesehen. Ich sah meine Sundance. Der Zeuge hat mich rausgeschmissen, bevor ich etwas anderes bekommen konnte. Nimm dir die Zeit. Und erzähl uns mehr, wenn du bereit bist. Lusaku, danke. Was wirst du jetzt tun? Nachdenken. Beschützen. Planen. Diese hier hat ihren Platz an diesem Ort. Trotz der ewig scharfen Lüge. Wir alle haben unsere Bestimmung. Du bleibst, um diesen Ort zu beschützen? Und deinesgleichen? Sie haben uns angegriffen. Wir alle sind eigenständige Individuen. Direkt. Diese hier kann sie nicht kontrollieren. Sie tun, was sie für richtig halten. Diese hier ist damit nicht einverstanden. Wir sollten zurück zu Zawalla und Ikora und ihnen mitteilen, was wir gefunden haben. Geh am Himmel, Hüter. Was? Was? Ich weiß nicht, was das heißt. Erik hat der Hexe unter das Röckchen geguckt. Ach so. Und Unirat ist Tobis Lover in Medieval Dynasty. Meine Mannfrau. So. I remember. So, ganz kurz für Leute, die Fragen, das mit dem T-Ring ist, habe ich gemacht. Ich kann es wieder ausmachen. Ich lasse das fiepen lieber in den Ladebildschirmen. Ich glaube, das stört weniger. Das Fiepen ist schuld wegen meines sehr komplizierten Setups mit zwei PCs hier. Ich brauche mal eine externe Soundkarte dafür, dann haben wir die Probleme hoffentlich nicht mehr. Aber ich habe die sonst auch, ich habe die sonst eigentlich nur, ne nicht nur hier, glaube ich, bei einigen Games auf 4K. So. 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 Welches Fiepen? Ja, ihr werdet das schon wieder sehen. Warte mal, habe ich jetzt... Habe ich jetzt immer noch T-Ring drin? Habe ich das vergessen? Warte mal. Kann sein, dass ich es bestätigen muss. Ja, 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 ja. Bei manchen Einstellungen ist es so und bei anderen ist es nicht so. Ist ganz komisch. Ja, eine Sache wundert mich hier und das verstehe ich nicht. Bei V-Sync habe ich normalerweise immer T-Ring aus. Aber hier bin ich an. Bei V-Sync. Wenn ich V-Sync ausmache, habe ich hier keinen T-Ring mehr. Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber gut. Komisch. Gut, gut. Gut, 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 gut. So. Ach ja, wir müssen weitermachen, ne? Mit Geist. Geist, korrekt. Mir fehlen die Worte. Oliver Geisten. Kates Nachricht. Riecht mit Geist. Imgabe. Mut. Aufopferung. Wir alle kennen den Eid der Hüter und... Das letzte Wort lautet... Tod. Ich hatte mir mehr erhofft. Du dir auch, das weiß ich. Ich habe so viel darüber nachgedacht. Versucht zu verstehen, was das heißt. Kates Vision zeigte ihm, was er sehen musste. Sagte ihm, was er hören musste. Was wir verstehen mussten. Falls wir hier nicht mehr rauskommen, will ich dir sagen, dass ich nichts bereue. Ich bin dein. Und du bist mein, Kate. Wir alle sind verbunden. Auch das sah Kate in seiner Vision. Als ich dich fand, wusste ich sofort und ohne jeden Zweifel, dass du meine Bestimmung bist. Wir stehen das zusammen durch Hüter. Bis zum Schluss. Was ist denn? Neuer Schritt. So und dann, äh, Radio, ne? Ehrlich spricht unser stummer Gott. Bittet um Glauben. Um den Tod. Ja, viel Erfolg. Wenn er den Tod wollte, wäre ich nicht hier. Da geht ihm nur. Der Reisender brachte uns zusammen. Das ist bedeutungsvoll. Das ist kein Tod. Ich wusste, dass wir aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Gleich, als ich dich fand. Ein Teil von dir rief einen Teil von mir. Das kann niemand kaputt machen. Ich habe deinen Tiefbomb miterlebt. Als Hakim starb. Als du mich angefleht hast, ihn zurückzubringen. Du wolltest dein Licht aufgehen. Hast deine Waffe gezogen. Oh, es tut mir leid. Ich verstehe es. Auch ich habe getrauert. Wir haben es gemeinsam durchgestanden. Also, können wir alles schaffen. Was auch immer du tun musst, ich bin bei dir. Bis zum Ende. Das will der Reisende von uns. Du bist mein Anker, Tarch. Wenn ich ganz allein bin. Dafür wurde ich erschaffen. Und genau das will ich sein. Los geht's. Commander. Du musst deinen Einsatz anführen. Bin ich nicht bereit für. Wer war Tarch nochmal? Tarch Marschall? Ich weiß es aber nicht mehr. In der Tarch. Tarch me like Lovers tool. So, warte. Warte. Okay, sehr gut. Ne? Ja, sehr gut. Cool. Alles richtig gemacht. Komm, wir setzen uns wieder vor das Radio, als wäre nichts. Tarch. Tarch. Wer war denn Tarch nochmal, Tobi? Weißt du noch, wer Tarch war? In der Tarch nicht, ne? Ah, das ist äh... Tarchend. Tarchend, sie kommen rein. Kennst du schon mal Football, den Tarchdown? Was? Ach Tarch ist der Geist von Zawala. Ah, so. Ah, okay, okay. Schöne Weihnachtst, Tarche. Ich hab meine Tarche. Was? Oh Gott. So. So. Er hat mich geschubst. Tarch. Ja. Ihr Verbrecher. Tarch. Warte, wir haben das Radio gehört. Wir sind noch kurz an der Story. Wer ist Tarch nochmal? Das ist der Geist von Zawala. Ah, gut, gut, gut. Tobi war's. Hihiihihi. Hihihi. Du machst dich sehr auffällig. Ja. Wirklich so. Nein, es war Teamwork. Natürlich war es Teamwork. Mein Chat sagt mir schon, wie da auch die ganze Zeit gekichert wird. Wie auf so einer Pyjama-Party. Ja. Frech. Kann ich nicht verstehen. Komisch. Wow. Oh, einfach Mordanschlag. Wortanschlag bitte. Ja, Wortanschlag. Nein, Anschlag! Zum Glück bin ich ein cooler Hunter und ihr könnt mir gar nicht wählen. Das sind die Tarch-Sachen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, das ist ja witzig. Oh, cool. Oh. Wie weit geht's dir? Hast du eine nächste Quest da irgendwo? Oder wo wird die angezeigt? Die Quest ist, wir sollen auf den Baum klettern. Wie köst du es? Ihr sollt auf einen Baum klettern. Kehre wieder um? Ich bin zu hoch? Oh, krass. Aha. Aha. Hier ist Maximum? Geil. So, Versteckspiel. Ja, Tobi, ich komm schon. Kehre wieder um? Aber was? Wieso kehre wieder um? Du bist zu hoch. Typisches Warlock-Problem. Das ist halt so. Warlocks können halt richtig hoch hinaus. Okay, krass. Hey, Tobi. Hab das schon mitgekriegt. Wollte ich schubsen. Hä, nein. Nein, nein, nein. Wollte ich nicht. Ich hab Bildschirm aus, während ich spiele. Hm, ah, okay. Hä? Ich hab Bildschirm aus. Aber ich hab Bildschirm aus. Ich hab Bildschirm aus.